WON'T YOU TAKE ME HOME? Geht du schlecht immer hin? Hallo, ich bin die Lucy von Zermedia-Auzeit. Heute stelle ich euch den Fritzen vor. Der Fritz ist zehn Monate alt, er mag sehr gerne kuscheln und spielen mit Lennart, mit mir, mit Grindl und Wagner, mit unseren Gruppen generell. Er kann ruhig sein, er ist sehr verspielt und er ist sehr, sehr, sehr neugierig. Er ist ein Trick und ich laufe so gerne mit ihm, weil er... weil er einfach nicht alles so ernst nimmt. Das ist ein Trick und ich laufe so gerne mit ihm, Und Weißacker wird ihm sehr viel Spaß. Und Weißacker wird ihm sehr viel Spaß. Und Weißacker wird ihm sehr viel Spaß.